Herzlich Willkommen bei Autohaus Wismar. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren Ford Fusion Style Ebony mit der 1,4 Liter, 59 kW bzw. 80 PS Maschine. Zur Unterhaltung bietet dieses Fahrzeug ein Radio CD Sound 6000 mit Lenkradbedienung und einem AUX-Anschluss. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fusion mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung und Fernbedienung einer automatischen Klimaanlage, Kopfstützen hinten dreifach, einem höhenverstellbaren Fahrersitz und einem Lederlenkrad. Fußmatten, Einstiegszierleisten und elektrisch verstellbare Außenspiegel sowie ein Bordcomputer sind ebenfalls dabei. Für ihre Sicherheit stehen ABS und zwei Airbag parat. Ein Reserverad-Notrad, Nebellampen vorne und die Servolenkung. Die Farbe ist Panther Schwarz Metallic. Besuchen Sie uns in Kirchheim Roland. Gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr.